Ja Freunde, also wie ihr wisst, Artikel 13 ist ja durchgewunken worden und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir doch heute mal ein kleines Joke-Video. Jetzt ist es noch lustig, in ein oder zwei Jahren, wenn der Upload-Filter durchgesetzt wird, wird es wahrscheinlich nicht mehr so lustig sein. Aber ich habe mir gedacht, wir drehen mal ein Video, wie das Ganze denn in einem Jahr aussehen könnte, wie unser Content sich dann gestalten wird. Ich trinke mal kurz hier noch meinen... Brutal, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also könnt ihr, könnt ihr ganz normal online bei Kaufen oder bei... Ja, wie ihr sehen könnt, hängt er im Hintergrund meine Platte von... Ich hoffe, ihr könnt das Ganze sehr gut erkennen. Ich habe heute die Mütze... Und meine Jacke, wie ihr sehen könnt, ist von... Mein T-Shirt ist auch... Ich hoffe, ihr könnt das Ganze relativ gut erkennen. An dieser Stelle keine Produktplatzierung, denn ich habe die Sachen mir natürlich alles selber gekauft. Dann würde ich auch schon sagen, schauen wir uns doch mal zusammen ein Video an. Ist ein relativ kurzes Video, aber schon eigentlich ganz lustig. Ich blende das Ganze mal hier ein. Ich glaube gut, also der Junge hat auf jeden Fall einen Dachschaden, muss man schon gesagt haben. Ich hoffe, ihr konntet euch relativ gut vorstellen, wie es in etwa in einem Jahr mit unseren Videos aussehen könnte. In diesem Sinne, folgt mir auf... Ich heiße so... Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Peace, Leute. See you next manager. X Bis zum nächsten Mal.